Die machen ja schon Spaß, die Regler Rätseln, muss ich ja mal sagen. Brumm, brumm, brumm. Okay. Wo ist das Feuerwarrant hier? Ich verpies dich. Hm. Wo ist der letzte Feuerwehrmann? Verdurne eins. Äh, nee, ich muss erstmal hier wieder Feuerwehrmann auswählen. Okay, wo könnte der sein? Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier irgendwo noch sind. Hier ganz im Süden. Wegmarke setzen. Guck an den Bau hier. Da fahren wir jetzt mal hin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich da verstecken. Weil das ist so... Da bin ich so gar nicht gewesen. Schauen wir da mal. Zwei Feuerwehrmann. Da haben wir schon den dritten Feuerwehrmann. Dann fehlt mir noch der Chief. Wobei ich das ziemlich blöde Gefühl habe, dass... Okay. Hoch da. Hoch. Und... Hoch. Da steht was. Da waren doch welche, oder? Da. Oh, das ist wieder ein Rittler-Rätsel. Oh, Mann. Heißt? Okay, äh, äh, was du... Warte, 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 warte. Like, warte, warte. Das wirst du wohl kaum enträtseln können. Hui, das war nicht so schön. Das war gar nicht schön. Ihr Schweinepriester. Ihr kleinen Schweinepriester. Oh, jetzt hat er mich... Warte, hab ich jetzt hingesetzt. Oi. Äh, nee. War schon richtig. Jetzt hast du mich hier hingesetzt. Wo ich doch gerade hier das Rittler-Rätsel gefunden habe. So, Mann. Ähm. Mann. Ich muss hier noch... Obwohl, hier war... Hier war schon etwas Feuerwehrmann-mäßiges. Wie sieht's hier aus? Nee, da sind wir auch gerade gewesen. Äh, bei dem Ding hier? Nichts zu sehen. Verdurneins. Okay, ich schaue gerade in die Richtung. Etwas weiter nach Süden. So, in die Richtung vielleicht. Hm. Wo sind die Feuerwehrmännchen? Das ist nicht mehr Batmans Revier. Er sollte sich besser dran gewöhnen. Was ist das da? Ah, okay. Komm schon, stirb. Hm. Kein 5-1. Sie werden dich vom Asphaltkasten... No. Another Batmobile. Komm mal her. Okay. Ach, Mann. Ich will doch nur den Feuerwehrmann finden. Batman schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Hm. Da sind drei Leute. Da ist ein Rittler-Rätsel. Da. Aber genauso wie die anderen Versager, die Batman besiegen wollten. Was ist das da für ein Pitter? Hier bin ich auch schon mal gewesen, zu kämpfen. Weg vorhin. Was weiß ich. Batman und er haben sich gekloppt. Die Fledermaus hat wohl gewonnen. Och, Mann. Es fängt unter eine scheiß Feuerwehrmann. Das darf doch nicht wahr sein. Da. Einer hier auf Faunas Island. Und dann nur noch der Schreffe. Äh, Schreffe persönlich. Darf das wahr sein? Hm. Tja, flattern wir mal ein bisschen durch die Gegend. Und gucken. Aber lange kann ich es auch nicht mehr machen. Dann wird es mit all dem Regen. Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Hm. Wo seid ihr, Feuerwehrleute? Wo seid ihr nun? Ernsthaft? Er ist weg? Was habe ich denn gerade gesagt? Ich dachte, er würde die Fledermaus... Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Da ist wieder ein Informant. Oh, Mann. Das sieht ziemlich schlecht aus für uns. Scarecrow wird ihn schlagen. Ich weiß es. Irgendwann, die haben mal wieder ihre... Die haben vermutlich wieder diese Störtechnologie und dann finde ich sie nicht, die Schweine. Er braucht doch nur einen anderen Anzug und schon ist er wieder im Geschäft. Das machen doch alle Freaks so. Ich warte, mit dir Batman weiß, wo er ist. Die zwei kennen sich schon eine Weile. Das steht, Mann. Darüber. Ich will jetzt den blöden Feuerwehrmann finden. Das darf nicht wahr sein. Das Ding haben wir auch schon zerstört. Du hast ein Rittertrophäe einfach so auf dem Dach? Auch nicht schlecht. Die nehmen wir mit. Wo seid ihr, ihr Schweine? Das darf doch nicht wahr sein. So wie ich sehen konnte, haben sie im Übel zugesetzt. Es ist keine... Wo bin ich jetzt gerade hier? Da habe ich doch vorhin... Da habe ich nicht. Gute Nacht, um Feuerwehrmann zu sein. Es ist für gar nichts eine gute Nacht. Hier habe ich doch vorhin die anderen gefunden. Oder da unten, ja. Das heißt, hier werden die höchstwahrscheinlich nicht sein. Stacks Luftschiffe. Meinst du, sie ist hier draußen wieder sicher? Oh, Mann. Wo versteckt ihr euch? Das darf doch nicht wahr sein. Ich verschwinde aus der Stadt. Wo in drei Teufelsnamen, was ist das hier? Riedler, ey. Okay, was ist jetzt hier? Wo ist es jetzt hier? Hallo? Wo ist das Rittler Ritz? Wo ist die scheiß Trophäe? Ich kann dich nicht oft genug scheitern sehen. Normalerweise kann ich die Trophäe so noch finden, oder? Oder steht die hier in dem Ding drin? Generator. Oh. Äh, mal landen. Wo auch immer das ist. Äh, ja. Feuerwehrmann. Ich suche jetzt noch, ja. Ein kleines bisschen. Dann mache ich an die Hauptquests. Mangels... ...Alternativen. Was ist das da? Das ist einfach nur Licht, oder? Wo seid ihr, ihr Schweine? Das kann doch nicht was sein. In dem Ding drin? Ich hab doch in dem Ding schon mal Leute umgebracht, oder? Hier waren... Hier war einer der Feuerwehrleute. Hier war ein Feuerwehrmann. Da liegt noch der Helm. Ach, Mann. Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Das sind auch ja nur drei Leute, die rumstehen. Was ist das hier? Two-Face, der Pinguin, der Joker. Die können mich alle meinen. Ab sofort bin ich eine One-Man-Show. Ah-ha. Ah-ha. Ich kann normalerweise hier ultra schreien, bitte. Darauf funktioniert das nicht. Was ist hier? Ach, guten Tag. Ja, sag mal, schau mal, einer guck. Guten Tag, die Herren. Leider habt ihr keine Angst. Das wäre jetzt echt schön. Da haben wir ein paar Kollegen mit Waffen. Und die kümmern wir uns mal kurz. Sonst noch irgendwas? Ach, der war aber auch schwer zu finden. Meine Güte. Wir werden mal kurz da rüber gucken, was hier noch so ist. Nichts. Nee, hier ist gar nichts. Okay. Gehen wir da hoch? Wir haben Angst. Multi-Ausschalten. Bumps. 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 Ja, ihr könnt mich nicht. Aua. Okay, die blöden Wichster haben... Geh einfach nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Nach oben, sagte ich. Nach oben. Batman! Geh! Batman! Willst du wohl nach oben gehen? Hä? Wieso? Ah, falsche Taste. Ah! Okay. Oh, ich wollte jetzt wieder Waffe her. Was soll das? Was soll das? Ich... Aua. Aua. Oh, Fick dich. Aber ich weiß, wo sie sind. Okay. Ich weiß, wo die blöden Säcke sind. Ha, ha, ha. Ich dachte, der Kerl wäre taff. Habe ich euch gefunden, ihr Schweine?